Einfach mal die Kresse halten. Was dieses Grünzeug mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun hat? Tja, hörst dir an? Aloha allerseits und herzlich willkommen zu deinem Podcast für heitere Gelassenheit. Mein Name ist Pia und ich freue mich, dich auf deinem Weg zu mehr Freude und Leichtigkeit im Sein begleiten zu dürfen. Einfach mal die Kresse halten. Diesen Text habe ich das erste Mal entdeckt auf einer Postkarte und das ist schon relativ lange her. Ich weiß gar nicht, wann und wo ich die das erste Mal gesehen habe, aber ich weiß, wann ich das letzte Mal daran erinnert wurde. Und genau deswegen habe ich sie zum Anlass genommen, um darüber eine Podcast-Folge zu machen. Und allein wenn du jetzt den Titel dieser Folge schon gesehen hast oder auch wenn du das Intro schon gehört hast, dann hast du vielleicht auch schon irgendwie eine Verbindung hergestellt zu einem Spruch, der vielleicht statt dem K vor Kresse einen anderen Buchstaben hat. Das kann sein, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht hast du auch tatsächlich an ein kleines Mädchen gedacht, was als Strichmännchen auf einer Postkarte ist und in seinen Händen ein kleines Schädchen mit Kresse hält und dabei lächelt. Und als ich diese Postkarte zuletzt bei meiner lieben Freundin Sabine in Flensburg, da wo ich auch die letzte Folge aufgenommen habe, hört sie euch unbedingt an, gemeinsam eigenartig, mitten drin ich, als ich die Postkarte da sah und sie mich erinnerte an dieses wundervolle Gefühl von einfach mal die Kresse zu halten, habe ich das auch gleich getan, denn Sabine hatte tatsächlich da auch ein bisschen Kresse stehen und dann habe ich erst mal mich hingestellt und die Kresse gehalten. Und was soll ich sagen, es war ein sehr gutes Gefühl, einfach nur zu stehen und ein Töpfchen Kresse zu halten, ohne zu reden, aber mit einem dicken Grinsen im Gesicht. Und warum ich das heute mit euch teile und warum ich euch das sage, jeder von euch hat vermutlich jetzt zu diesem Thema, zu dieser Folge eine eigene Assoziation, eine Verbindung, einfach mal die Kresse halten. Könnte auch sein, dass ihr vielleicht gedacht habt, es geht heute um einfach mal die Kresse halten. Aber heute geht es ja um die Kresse. Und das ist nicht nur ein wunderbares Wortspiel, vielleicht, auf dieser Postkarte und auch das Thema des heutigen Podcasts, sondern da steckt so viel, so viel Weisheit drin. Und wenn du dir jetzt, vielleicht hast du sie auch schon gesehen, diese Postkarte, ich werde sie finden und ich werde sie posten auf meinem Instagram-Account, und dann könnt ihr euch das Bild dazu noch mal geben und euch mit mir darüber freuen. Wenn du dir jetzt diesen Satz einfach mal nimmst und dir dieses Bild vorstellst, wie vielleicht du in deiner Hand ein Schädchen Kresse hältst und einfach nur stehst und lächelst und diese Kresse hältst. Warum könnte das wohl großartig sein, einfach mal die Kresse zu halten? Indem wir tatsächlich einfach mal stehen und etwas halten und lächeln und sonst tatsächlich mal still sind, könnte es sein, dass es zu ein bisschen Klarheit kommt und vor allem, dass deine Sinne sich ein bisschen schärfen. Ich habe in letzter Zeit wirklich ganz, ganz doll vermehrt das Gefühl, dass Stress und die Umstände, in denen wir alle leben und das, was um uns herum passiert, dass es für viele eine große Herausforderung ist, bei sich zu bleiben. Weil wenn draußen herum alles so laut ist und so wild und so wüst und jeder hat eine Meinung und überall kann man sich alles besorgen, was man wissen möchte und auch, was man nicht wissen möchte, Ignoranz ist in der heutigen Zeit eine Choice, eine Wahl, etwas zu ignorieren, weil wir sind so voll von allen Seiten, von allen Kanälen und auch jetzt, wenn du diesen Podcast hörst, dann hörst du dir ja auch was an. Ich finde es gut, bitte weitermachen. Aber du bist selektiv. Wenn du diesen Podcast hörst, der läuft nicht einfach so irgendwo im Radio oder im Fernsehen, sondern du hast dich bewusst dazu entschieden, das zu tun. Das ist quasi wie Kresse halten, weil du jetzt gerade nicht redest, sondern du hörst zu. Vielleicht hältst du eine Tasse Tee in der Hand, einen Kaffee, dein Telefon, was auch immer. Aber du hast dich bewusst dazu entschieden. Und im Moment ist es so, dass so viel auf uns alle einprasselt, dass es ganz schwierig ist für viele, da die Ruhe zu bewahren und bei sich zu bleiben und tatsächlich einfach mal die Kresse zu halten. Und dazu möchte ich euch so ein bisschen einladen, weil dieses ganz bewusste Dasein im Moment, dafür musst du nicht unbedingt die Kresse halten. Du kannst vielleicht auch was anderes halten. Es kann auch ein anderer Gegenstand sein. Ja, dass du etwas in deinen Händen hältst und mal ganz bewusst das in deinen Händen hältst und dich vielleicht sogar darüber freust, dass du es in den Händen hältst. Wenn also um dich herum gerade alle ganz verrückt werden und irgendwie alles völlig abdreht, dann nimm dir doch mal irgendwas in die Hand und guck dir das an. Wie fühlt es sich an? Wie sieht es aus? Ist es leicht? Ist es schwer? Was für Farben hat es? Ja? Einfach mal die Kresse halten. Das kannst du mit Kresse machen, mit allem anderen, aber es wird dich vor allem wieder zurückbringen in den Moment. Und das ist die erste Weisheit der Kresse. Ja? Wenn du die Kresse hältst und einfach nur die Kresse hältst, dann bist du präsent im Hier und Jetzt. Und dann ist egal, was drumherum passiert, dann hältst du erst mal diese Kresse. Und natürlich hätte ich das nicht ausgewählt, wenn es nicht auch ein bisschen um dieses Wortspiel ginge, was man sonst noch darunter verstehen könnte. Zum Beispiel einfach mal die Ersätze K durch F halten. Und das meine ich überhaupt nicht böse, ja? Sondern wie du hörst, mit einem Lächeln im Gesicht und mit einem Lächeln auf den Lippen. Vielleicht kennst du das Sprichwort Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Dieses Sprichwort gibt es schon seit der Antike. Und es zieht sich auch durch die ganze Geschichte, durch alle Religionen. Ja, ich habe mal ein bisschen recherchiert. Das gibt es überall. Ja, im arabischen Raum sagt man zum Beispiel übersetzt, dass es besser ist, die leisen Schritte eines Menschen zu hören, als die eines Esels. Und ich finde das so spannend, dass es überall auf der Welt dieses Sprichwort gibt. Und ich habe mich in den letzten Jahren wirklich auch mehr damit beschäftigt, zuzuhören. Zuzuhören, Fragen zu stellen, statt immer nur selber zu reden. Warum? Warum könnte das großartig sein, öfter mal zuzuhören? So wie du das jetzt tust, hast du vielleicht schon jetzt was Neues gelernt. Nur wenn wir zuhören, können wir überhaupt was Neues lernen. Wenn wir die ganze Zeit selber reden, dann erzählen wir uns ja alles Dinge, die wir schon kennen. Außerdem würde ich dich gerne mal fragen, wie oft gibst du ungefragte Ratschläge? Ich rede jetzt von dir, nicht von deinem Drumherum. Dir fallen bestimmt einige Leute ein, die ungefragte Ratschläge erteilen. Aber wie ist es denn mit dir selbst? Sei mal ganz ehrlich, reflektiere mal. Wie oft kommentierst du Dinge oder Menschen oder du stehst vielleicht in einem Gespräch und dann erzählt jemand was und dann hast du das dringende Bedürfnis, das zu kommentieren. Dazu deinen Senf abzugeben. Warum auch immer. Wie oft kommentierst du auch deine Gedanken? Ja, nicht nur, dass du deine Gedanken denkst, sondern du kommentierst sie auch noch. Da läuft dann quasi so ein Untertext. Und dann wird es auch ganz ernst manchmal. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber Ernsthaftigkeit ist natürlich in manchen Situationen angebracht. Aber mit Ernsthaftigkeit nimmst du dir auch die Leichtigkeit. Und wenn es um sowas geht wie einfach mal die Kresse halten, könnte es sein, dass da eine Menge Leichtigkeit für dich drinsteckt, wenn du es übst, die Dinge und die Menschen einfach sein zu lassen. Ich bin inzwischen so weit, dass ich nachfrage, ob jemand von mir einen Ratschlag hören möchte oder ob jemand möchte, dass ich dazu etwas sage oder kommentiere, bevor ich das tatsächlich tue. Ja, weil wer bin ich denn, dass ich mich dazu äußere? Wenn ein Mensch eine Meinung hat oder eine Ansicht, wenn ich das Gefühl habe, ich möchte gerne dazu etwas beitragen oder hätte da vielleicht etwas Hilfreiches zu beizutragen, hilfreich, dann frage ich inzwischen nach. Weil dieses unaufgeforderte kommentieren von Dingen ist häufig nicht hilfreich. Deswegen möchte ich dich mit dieser Folge wirklich einladen, zuzuhören. zuzuhören, was du dir selbst erzählst, aber vor allem auch zuzuhören, was andere um dich herum erzählen. Vielleicht sogar mal ein kleines Experiment zu starten und für die nächste Woche mal ganz bewusst darauf zu achten, wo du so Luft holst und deinen Senf dazugeben möchtest und vielleicht mal, bevor du den Senf dazugibst, einen Moment innezuhalten, zu überlegen, ist das jetzt wirklich hilfreich, dass ich das dazu beitrage? Hilft es der Person, der Kommunikation, der Situation? Oder kann ich mir das auch einfach sparen und weiter zuhören? Und dabei vielleicht auch noch was lernen? Lass uns doch einfach mal die Einfach mal die Kresse halten Challenge ausrufen für eine Woche auf Social Media, Instagram, Victorious Visions 2018 und wir schauen mal, ob wir das hinkriegen, eine Woche lang einfach mal die Kresse zu halten. Möglichst ohne Dinge zu kommentieren, ohne Menschen zu kommentieren, so wenig wie möglich, sich ein bisschen zurückzunehmen und vorher zu fragen, ob wir dazu einen Ratschlag geben sollen oder ob unsere Meinung jetzt gerade hier angebracht ist. Außerdem möchte ich gerne das Sprichwort einmal umdichten. Das ist ein klassischer, Timan. Das mache ich auch sonst sehr gerne. Vielleicht kennst du auch schon die Folge Das Zehnfinger Sprichwort Bingo. Wenn nicht, höre sie dir unbedingt an. Da ist auf jeden Fall viel Spaß und Freude mit dabei. Ich möchte gerne das Sprichwort Reden ist Silber und Schweigen ist Gold um Münzen und um Dichten in. Reden ist super und Schweigen ist toll. In diesem Sinne fühl dich inspiriert. Ich freue mich, wenn du Lust hast, mitzumachen. Folg mir unbedingt auf meinen Instagram-Kanal Victorious Visions 2018. Ich verlinke das auch noch mal hier in den Shownotes und halte mich auf dem Laufenden, wie es für dich funktioniert. Und dann sehen wir uns und wir hören uns entweder auf den sozialen Medien oder nächste Woche hier. Bis zum nächsten Mal.